Highway 3 Part 7 M5 E60 V10 Cops don't want Highway 3 Part 5 Audi RS4 is back Lass einfach mal in das Video reingehen 4,5 Millionen Klicks, wir schauen einfach mal rein Danke Das ist Legende, okay Bin gespannt, Bruder Erstmal über rote Ampel fahren, juckt ihr nicht Und quer Boah, ey, Bruder, der M5, der Motor Oh mein Gott, der Sound, Digga Also ich sag euch ehrlich An die BMW Boys, da bin ich auf eurer Seite Zu 1000%, der Sound Von dem Auto ist wirklich Gibt wenig Autos, die sich so krass anhören Wie der BMW M5 V10, Digga Brutales Auto, Bro Heftig Ich hab in Dubai, hab ich leider nicht gefilmt Ähm, als ich unterwegs war auf dem Bike Äh, bin ich auch an einem M5 vorbeigefahren V10 Und der hat safe kein Cup mehr drin Digga, der war so laut Und es hat sich so schön angehört, Bro Boah, Bruder Also Chat, bevor, bevor wir jetzt das Video weiter gucken Ich möchte natürlich Von Anfang an sagen, Chat Das, was der Typ hier macht Ist fucking dumm Rücksichtslos Gefährlich für Passanten Autofahrer Für alle, Digga Macht so einen Scheiß nicht nach Wir gucken uns das jetzt trotzdem an Äh, nicht, dass ich jetzt hier morgen noch bei RTL bin Äh, und das heißt, äh, ich bin schlechtes Vorbild für meine Community Okay, macht das bitte nicht Alter, holy fuck Danke Bro, ihnen jucken halt Ampeln einfach gar nicht, Digga Ihnen jucken halt Ampeln einfach gar nicht, Bro Alter, da sitzen zwei drin Oh, Polizei Okay Alter, ist der Typ behindert? Junge, er driftet einfach mal an dem An der Polizei vorbei? Also ich hätte, damit hätte ich es nicht gerechnet Ich dachte, okay, der geht jetzt Vollstoff und fährt davon Sodass er zu schnell ist Und die fahren ihn dann hinterher Bro, er geht quer dran vorbei Er geht quer dran vorbei Es interessiert ihn nicht, Digga Und die Cops, ich glaube, die müssen erstmal klarkommen auf ihr Leben Die müssen erstmal realisieren, was da gerade passiert ist, Bruder Was geht? Aber die haben noch kein Blaulicht an WTF, Bro Also Chat, ich sage euch ehrlich Ich tut mir leid, dass ich schon wieder so oft stoppe, Digga Ich sage euch ehrlich Das, was der Typ da macht, ist wirklich, wirklich Fucking dumm, Digga Bro, in der Stadt sowas zu machen, ist so ehrenlos Autobahn auch fucking behindert Aber auf der Autobahn fährt die wenigstens Also kann die wenigstens kein Kind vor das Auto laufen, Bruder Das ist wirklich maximal blöd, Digga Alter, holy shit, Digga Aber Auto ist schon sexy Auto ist schon sehr, sehr sexy, Bro Danke Okay, jetzt fährt er auf die Aut Nee, er fährt nicht auf die Autobahn Da ist nochmal eine Polizei hinter ihm Wie kann das denn sein, dass die erste Polizei kein Blaulicht angemacht hat Und ihm nicht hinterher gefahren ist Noch eine Polizei Ah, okay, die haben auf ihn gewartet, glaube ich Ich glaube, die haben Ich glaube, also, der wird schon verfolgt Aber die haben einfach auf ihn gewartet, kann das sein Ja, safe Weil dadurch nur nicht mehr Gefahr entsteht Ja, das kann sein Kann sein, dass die keine Verfolgungsjagd mäßig machen wollen Weil es halt in der Stadt ist, Bruder Und die keine Leute gefährden wollen Das kann sein, ja Aber safe sind da schon alle informiert Die warten wahrscheinlich jetzt an jeder Ecke auf ihn Und dann Ich hoffe der gibt ihn jetzt im Tunnel Bruder. Er wartet noch richtig auf die, das ist so krank Bro. Er wartet so richtig bis die Polizei wieder da ist so. Der will richtig spielen mit denen. Okay, sie geht mit Fernlicht, er schaltet runter. Ja man Chat, das Auto ist geil, der Sound ist geil, Driften ist auch geil, aber es ist halt nicht geil das so in der Stadt zu machen. Ich kann mich halt, also ich kann jetzt auch nicht hinsetzen und sagen, boah voll cool. Aber wir halt einfach wirklich auf, auf die Sekunde genau als das Blaulicht eingegangen ist und Kickdown gegeben hat, Bruder. Der hat nur drauf gewartet. Yo, wie schnell ist der bitte? Holy shit, Digga. Fährt der ohne Kennzeichen? Ja, safe Bro, safe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kennzeichen drauf hat. Jetzt nochmal quer bis zum Kreisverkehr. Oh, da warten sie auch schon, holy fuck, okay. Er geht quer, Digga. Junge, was ist das für ein Kranker? Alter Junge, ist der behindert, dicker? Oh, ich bin schockiert. Ich sag nicht ehrlich, Chat, ich bin grad schockiert. Danke. Also, heftiges Video. Ich mein, ich hab eigentlich schon alles dazu gesagt. Das ist dumm, also Real Talk, das ist fucking dumm, was der gemacht hat. Mann, es sieht halt aus wie so ein Fast and the Furious-Teil, Digga. Es ist schon irgendwie, also, es sieht halt cool aus, aber es ist fucking dumm. Wisst ihr, ich mein, einfach dumm. Dumm, 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 Digga. Macht das bitte nicht nach, Chat. Bitte nicht. Da muss nochmal ein Kind in der Stadt vor's Auto rennen. Bro, der Typ ist ein Mörder. Typ ist ein Mörder, Digga. Wisst ihr, was ich mein? Ja, krank, Digga. Wie bei GTA gefühlt.